Alter Schwede. Wisst ihr, woran er merkt, dass er ein gutes Wochenende hat? Irgend lebt noch. Irgendeine Olle hat hier ein paar Haar vergessen. Lass da beide Zimmer auf. Stehst voll im Nebel. Gehst in die Küche. Gut, schon mal nix voll mit Blut. Aber hast wohl Milkshake gemacht. Hast wohl Bacon gemacht. Wir haben Essen bestellt. Und irgendwas sagt mir, das hat damit zu tun, dass ich mich frage, was war passiert in der Nacht von Freitag auf Montag. Vor allem frage ich mich, wie hat die... Muss ich mal die Weibchen fragen. Ich will das mal von weg bringen und Frühstück machen. Das könnt ihr euch vielleicht gleich auch noch angucken. Es gibt wahrscheinlich englisches Frühstück. So, you have a good one. Bis zum nächsten Mal. ル